Hallo und herzlich willkommen zum 28. Video meiner Quiz-Duell-Liga 2020. Heute schließen wir den 14. Spieltag ab und da starten wir gleich mal ein mit Kunst und Kultur. Ja, im letzten Video gab es ja einige Kategorien, wo ich alles falsch hatte, also wo es wirklich nicht gelaufen ist, aber dann hatte ich Bücher und Wörter, drei wichtige. Also, ja, durchwachsene Folge somit. Kunst und Kultur trifft auf Draußen im Grünen. Und mal schauen, das ist das Abendmahl, das Bild. Ist schon mal richtig, weil der Klabe der Energien hat schon mal gepatzt, 3-0 gegen Bücher und Wörter. Und somit könnte Draußen im Grünen gegen Kunst und Kultur ja schon mal ein bisschen vorlegen. Welcher Designer entwarf eine behümte Kollektion mit Mustern von Briefmarken und Banknoten? Och, nein, Katran zu. Noch nie gehört. Wer ist Zollgabetza? Eine Chillistin und das ist richtig. Zwei Richtige bei Kunst und Kultur. Das muss Draußen im Grünen auch erstmal schaffen. Im Labor kann jetzt schon mit einer richtigen Antwort von mir punkten gegen Essen und Trinken. Wie lautet die extrem ätzende Lösung, die eine Mischung aus Salzsäure und Salpetersäure ist? Königswasser, das ist richtig. Welche der folgenden Substanzen wird auch als Backpulver bezeichnet? Okay, da habe ich das Falsche genommen. Und bei welcher Temperatur zeigen Thermometer und Celsius und Fahrenheitskala denselben Wert? Bei 32 Grad, nein, bei minus 40 sind somit eine 1 zu 1 in der Punkteteilung zwischen Essen und Trinken und im Labor. Wir nehmen als nächstes, würde ich sagen, Körper und Geist, die treffen auch Medien und Unterhaltung und haben es nicht einfach, weil ja Medien und Unterhaltung schon zwei Richtige hatte. Wie lautet ein Intelligenztest für Kinder, der in der Psychologie angewendet wird? Das ist WISC, das ist schon mal hechtig. Was erkennt man auf diesem Hörnchenbild in der hechten Bildhälfte? Das ist denn ein Herdschuldmacher tatsächlich. Und was bedeutet Physiognomie? Die seelische Störung hat eine äußere Erscheinung und somit gewinnt Medien und Unterhaltung mit 2 zu 1 und Körper und Geist ist somit aktuell auf dem letzten Platz. Jetzt haben wir also draußen im Grünen, schaffen sie gegen Kunst und Kultur das Unentschieden. Wie heißt die weltweit schwerste Kröte? Ist die hiesend Kröte auch Agerkröte genannt? Wie nennt man eine biologische Wechselwirkung, bei der zwei Organismen mit positiven Effekt füreinander in einer engen Beziehung zusammenleben? Das ist eine Symbiose, auch das ist richtig, somit das Unentschieden schon geschafft. Welches Savant hier ist ein Paarhofer mit bis zu 60 cm langen Exzellen und kommt überwiegend im Osten und Süden Afrikas vor? Das ist nicht das Nasehund, sondern das Warzenschwein und somit bleibt das Band 2 zu 2 unentschieden. Zwischen draußen im Grünen und Kunst und Kultur. Wunder der Technik benötigt auf jeden Fall dringend mal wieder Punkte, die sind bloß 14er mit 15 Punkten. Gegen die TV-Sellen ist es möglich mit 2 richtigen, während sogar 3 Punkte. Welchen Gegenstand zweckempfremdete Melitta-Benz und entwickelte zu den Kaffeefilter? Das war Löschpapier. Ist schon mal ein Punkt. Was stellte die Firma BMW ursprünglich her? Flugzeugmotoren. Auch das ist richtig und der Sieg ist somit schon sicher. Wo erbaute man für eine Weltausstellung die sogenannte Rotunde, die zu ihrer Zeit die größte Kuppel der Welt war? In Berliner Heichstag. Nein, am Wiener Prater war das, aber rund um die Welt. Warum sage ich jetzt rund um die Welt? Wunder der Technik gewinnt 2-1, somit gegen die TV-Sellen. Macht und Geld trifft auf die 2000er. Auch ein interessantes Duell, weil die 2000er auch da oben mit dabei sind. Welches Hecht regelt in Deutschland die Grundlage für die Beziehungen von rechtlich gleichgestellten Rechtssubjekten untereinander? Das ist nicht das öffentliche Hecht, sondern das Privatrecht. Welcher US-Präsident, Gründervater, ist auf keiner US-Dollar-Banknote abgebildet? Oder ist das Kornein? John Adams. Und wer trat im Jahr 2012 die Nachfolge von Heinrich Hasys als Präsident des Deutschen Sparkassen- und Schirro-Verbands an? Woher soll ich das wissen? Ich nehme einfach mal diesen hier. Nein, es war Georg Fahnen schon und somit. Leider hier alles falsch. Die Chance auf jeden Fall für die 2000er. Tatsächlich mit einer richtigen Antwort erster zu werden nach diesem Spieltag. Jetzt werden wir sehen, was die 2000er machen. Ob die jetzt der neue Tabellenführer werden. Welche der folgenden Personen gehörte im Jahr 2012 nicht zu den republikanischen Präsidentschaftskandidaten im US-Wahlkampf? Das war Hillary Clinton, okay. Bastian Schweinsteiger macht sein 300. Bundesligaspiel. Der Papst tritt zurück und Deutschland wird Europameister im Frauenfußball. In welchem Jahr? Das kann eigentlich nur 2013 gewesen sein. Und das war natürlich auch so. Was führte dazu, dass seit 2009 in Deutschland deutlich mehr Skihelme verkauft werden? Das ist der Althauseffekt. Auch das stimmt. 2 zu 0 somit für die 2000er und somit auch die Tabellenführung. Aber das sehen wir uns danach natürlich noch an in der Tabelle. Zuvor gibt es jetzt noch Zeugen der Zeit. Die drei Punkte sind zum Greifennamen für Zeugen der Zeit. Einen haben sie ja schon sicher, weil Kinofilme ja alles falsch hatte. Wie weit flogen die amerikanischen Brüder White im Jahr 1903, als sie den ersten motorisierten Flug durchführten? 36,5 Meter und somit ist der Sieg schon eingetötet für zur irgende Zeit. Wer erheichte als erster Mensch innerhalb eines Jahres sowohl den Nord- als auch den Südpol bei Expeditionen zu Fuß? Arvid Fuchs, auch das stimmt. Und welchen Move hat der Ada Lovelage? 1815 bis 1852. Fotografin, dann Mathematikerin, aber 2 zu 0 ist schon ein gutes Ergebnis. Und jetzt seht ihr noch die aktuelle Tabelle. Den Platz an der Sonne haben aktuell die 2000er. Mit 28 Punkten und einem Spiel weniger als draußen können und glaube in der Region sind sie da wirklich in Richtung Herbstmeisterschaft an diesem Spieltag schon einen wichtigen Schritt gegangen. Aber wie gesagt, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Spieltage am Start. Genau, draußen können 27 Punkte und glaube in der Region 26. Die ersten drei werden denke ich die Halbzeitmeisterschaft, kann man so sagen. Weil Herbstmeisterschaft ist ja nicht, es beginnt ja bald der Sommer. Und das sich ausmachen. Dann dahinter Musik und Hits jetzt auf Platz 4 mit 21 Punkten. Dann kommt Sport und Freizeit und Computerspiel mit 20 Punkten jeweils. Im Labor hat 19. Essen und Trinken, Wunder der Technik und TV-Sinn mit 18 Punkten. Dann Medien und Haltung jetzt sogar auf Platz 11 mit 17. Dahinter Kinofilmen, ebenfalls 17 Punkte. Dann rund um die Welt Comics und Macht und Geld mit 16 Punkten. Zeug in der Zeit hat 13 Punkte. Bücher, Mörder und Kunst und Kultur mit 12 Punkten. Und auf dem letzten Platz jetzt Körper und Geist mit gerade mal 9 Punkten. So sieht es aktuell aus, aber wie gesagt, kann sich noch alles ein bisschen ändern. Ist ja noch genügend Zeit, sind dann noch einige Spieltage am Start und somit war es das schon wieder mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.